Guten Abend und herzlich willkommen zu AVI Angriff bei MEIN TV. Bei uns in der Sendung geht es heute ums Volleyball. Und bei mir zu Gast ist ein Profi, der das Ganze schon macht, seitdem er ganz klein ist. Er ist 1,93 groß, 19 Jahre alt und spielt in der ersten Bundesliga beim TV Bühl. Ich begrüße David Sossenheimer. Herzlich willkommen. Hallo, hi. David, wie bist du denn damals zum Volleyball gekommen? Ich bin da reingeboren worden, sozusagen. Meine Eltern haben beide schon Volleyball gespielt, mein sechs Jahre älterer Bruder auch. Und schon immer einen Ball in der Hand gehabt früher. Und dann war es für mich auch schon immer klar, dass ich Volleyball spielen will. Es wurde dir sozusagen in die Wiege gelegt. Und alles angefangen hat es beim TV Mömmlingen. Und wie ging es dann weiter? Genau, angefangen hat es beim TV Mömmlingen. Dann dort die ganzen Jugendmeisterschaften gespielt. Unter anderem auch U14 Deutscher Meister geworden. Mit 14 bin ich dann nach Kämpfenhausen gegangen, auf das Volleyballinternat bei Starnberg. Da dann im ersten Jahr Bayernliga gespielt. Dann im zweiten Jahr sogar schon in die zweite Liga gegangen. So eine Stützpunktmannschaft, immer außer Konkurrenz. Und ja, zwar meistens verloren, aber für die Entwicklung war es dann doch ganz gut. Genau, du hast es ja bis in die erste Bundesliga geschafft. Also alles richtig gemacht. Ich würde gerne nochmal auf deine einzelnen Stationen eingehen. Wir haben gerade schon den TV Mömmlingen angesprochen. Und vor der Sendung hast du mir gesagt, dass dein Papa dich damals trainiert hat. Jawohl. Wie war das denn für dich? Es war teilweise schon echt anstrengend, weil ich damals nie verstanden habe, warum ich denn nicht mal ein Lob bekomme. Aber er wusste schon immer, dass er mich weiterbringen will. Und er hat mir auch das alles beigebracht, was ich jetzt kann. Also er ist auch immer noch eine große Figur in meinem Leben, wenn er bei Spielen zuguckt. Und danach wird immer diskutiert, was hätte man besser machen können. Aber damals war es schon noch, da habe ich es noch nicht so ganz verstanden, warum ich nicht mal einen Lob von ihm bekomme. Aber mittlerweile beste Beziehung. Also dem Papa hast du einiges zu verdanken. Und deinen Eltern hast du auch zu verdanken, dass du damals aufs Internat gehen konntest. Letztes Jahr hast du Abi gemacht. Wie war denn die Internatszeit für dich? Ich bin zur neunten Klasse hingegangen. Also es waren vier Jahre. Es war eine anstrengende Zeit, vor allem im ersten Jahr. Das erste Jahr von zu Hause weg mit 14. Im Sommer war noch alles gut, weil man dann den See direkt vor der Tür hatte. Aber der erste Winter war schon echt anstrengend, weil dann halt das Leben wirklich nur noch aus Schule und Volleyball bestand. Und man nichts machen konnte draußen. Und es war schon echt anstrengend. Aber das war eigentlich der einzige Moment, wo ich kurz überlegt habe, ob es richtig war. Aber mittlerweile ist es auf jeden Fall der richtige Schritt gewesen. Und ich würde es wieder tun. Wie kann man sich das vorstellen? Du hattest morgens ganz normal Unterricht und danach dann Volleyball. Und es war ein reines Volleyballinternat. Also das war eine ganz normale Schule in Starnberg, Kempfenhausen, wo die Leute dann, oder keine Ahnung wer, auf jeden Fall noch ein Internat drauf gebaut haben. Da haben wir dann gewohnt und sind dann morgens zehn Treppenstufen runter ins Klassenzimmer gegangen für die erste Stunde. Hatten dann ganz normal Schule, also so wie jede andere in Bayern auch. Und nachmittags dann so um fünf, glaube ich, oder halb sechs, ja, fünf, dann zwei, zweieinhalb, drei Stunden Training gehabt. Und jetzt bist du in der ersten Bundesliga beim TV Bühl, haben wir eben gerade schon angesprochen. Wie ist die letzte Saison verlaufen? Also für mich persönlich würde ich sagen sehr erfolgreich. Ich habe viel gespielt, Vertrauen von meinem Trainer bekommen. Auch die Fans immer gutes Feedback bekommen. Für die Mannschaft ein bisschen ärgerlich, dass wir in der ersten Playoffrunde ausgeschieden sind mit knapp 2-1 gegen Lüneburg. Da wäre das Halbfinale drin gewesen, dann wäre die ganze Saison natürlich viel besser gewesen. Aber so alles in allem war die Saison echt gut und erfolgreich und hat alles gepasst. Genau, ihr habt den fünften Platz von elf belegt. Das ist, denke ich, mal ein ganz ordentliches Ergebnis. Du hast gerade die Playoffs angesprochen. Ab wann setzen die ein? Nur noch mal kurz was zu den Regeln vielleicht? Es ist wie in der NBA, sage ich jetzt mal, in Amerika, nur mit weniger als halb so vielen Spielen. Also es gibt, wie du schon gesagt hattest, elf Mannschaften. Und dann ist Hin- und Rückrunde, also zweimal gegen jedes Team quasi, einmal zu Hause, einmal auswärts. Und dann nach dieser regulären Saison spielen die besten acht dann nochmal Playoffs. Also es ist dann quasi Viertelfinalsystem. Dann spielt Platz eins gegen Platz acht, zwei gegen sieben und immer so weiter. Und das ist Best of Three. Also wer die ersten zwei Spiele gewinnt, kommt eine Runde weiter. Und dann ab Halbfinale ist im Wendland-Volleyball dann Best of Five. Und da seid ihr jetzt dann leider ausgeschieden. Aber fünfter Platz ist auch vollkommen in Ordnung. Du hast eben gerade auch schon die Fans angesprochen. Wie viele Zuschauer sind denn generell immer bei einem Spiel anwesend? Also bei unseren Heimspielen ist fast immer voll eigentlich die Halle. Also so tausend Zuschauer aufwärts auf jeden Fall immer. Das ist ganz ordentlich. Ist für die erste Liga auf jeden Fall ganz ordentlich, ja. Also da gibt es auch, gut Berlin ist natürlich die Ausnahme mit 5.000, 6.000 Leuten. Aber sonst sind es eigentlich eher immer weniger als wir haben. Also wir sind schon ganz gut besucht in Bühl. Das heißt, die Stadt steht auch voll hinter euch. Ist eine totale Volleyballstadt. Auf jeden Fall, ja. Also die spielen jetzt seit zehn Jahren, glaube ich, erste Liga. Und mittlerweile wird man sogar auf der Straße erkannt, wenn man beim Bäcker einkaufen geht, ja. Also du bist schon so eine lokale Prominenz. Das ist echt so, ja. Gerade hast du Sommerpause. Was steht da für dich an? Also jetzt im Sommer war mir wichtig, dass ich wieder was mit meinen Freunden von damals mache. Von hier, von der Umgebung, mit meiner Familie. Und meine Freizeit einfach mal ein bisschen genieße. Mal ein bisschen weniger Sport mache. Mal runterkomme. Und ja. Aber du kannst natürlich jetzt auch nicht ganz runterkommen. Ganz nicht. Weil dann würdest du total aus dem Training rauskommen. Das heißt, machst du Krafttraining oder wie hältst du dich derzeit fit? Also die ersten zwei Wochen nach der Saison habe ich wirklich mal gar nichts gemacht, weil auch noch eine Nationalmannschaft dazwischen anstand. Also als ich von Slowenien heimgekommen bin mit der Nationalmannschaft, habe ich wirklich mal gar nichts gemacht. Aber dann nach zwei Wochen bin ich wieder ins Fitnessstudio gegangen, um mich ein bisschen fit zu halten. Und wann geht es dann wieder weiter? Im August. Also genau weiß ich noch nicht, aber so grob der 10. August geht es auf jeden Fall mit der Vorbereitung wieder los. Das ist jetzt noch ganz schön ein bisschen Zeit, also noch eineinhalb Monate. Was hast du noch alles geplant? Ich werde vielleicht nochmal nach München fahren, einfach um Freunde auch von Starnberg damals zu besuchen, die mit mir Abi gemacht haben. Bisschen beachen vielleicht mit Freunden von hier und sonst nur Sonnen jetzt bei dem Wetter. Ja, es soll ja richtig gut werden diese Woche. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine kurze Pause und danach geht es natürlich weiter mit dem Profi-Volleyballer David Sostenheimer aus Mömmlingen. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bei Rheumatischen Schmerzen in Rücken, Gelenken und Muskeln vertrauen Sie auf das natürliche Arzneimittel Rubax. Rubax wirkt effektiv und ist gut verträglich. Rubax hat mir mehr Beweglichkeit gegeben und dadurch ist auch die Lebensqualität gestiegen. Rubax, stark bei rheumatischen Schmerzen in Rücken und Gelenken. Rezeptfrei in jeder Apotheke erhältlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Willkommen zurück zum Sportmagazin Avi Angriff. Bei mir zu Gast ist noch immer der Profi-Volleyballer David Sostenheimer, der jetzt in der ersten Bundesliga beim TV Bühl spielt und ursprünglich kommt er aus Mömmlingen. Schön, dass du noch bei mir bist. Immer wieder gerne. David, du bist 1,93 m groß und ich habe gesehen, dass du damit einer der Kleinsten bist bei euch im Team. Allerdings ja. Es gab zwei Kleinere und der Rest war alles größer als ich. Also eher so der Kleine in der Mannschaft. Das heißt, wie groß ist der größte Mann bei euch? Bei uns der größte Mann war jetzt glaube ich 2,9 m Mittelblocker. Boah, das ist aber aus dem Turm. Welche Position, auf welcher Position spielst du? Ich habe gelesen, dass man im Volleyball ja immer rotiert. Bei euch ist das aber nicht so. Bei uns ist das nicht so, genau. Also so wird es oft beigebracht. Auch in der Schule wird es so gespielt. Es gibt dann im Volleyball aber ein System, es nennt sich Läufersystem, dass man immer wieder auf seine spezialisierten Position zurückkommt. Also immer wieder auf seine Position läuft, weil man in dieser Position eben dem Team am besten helfen kann. Weil die Großen sind meistens eben gut am Netz, sage ich mal. Die müssen blocken. Die müssen blocken und angreifen. Genau. Und sind hintenrum dafür halt eher ein bisschen unbeweglicher meistens. Und ja, das versucht man dann eben alles zu kompensieren mit so einem System, dass man immer wieder das Bestmögliche aus seinem Team rausholt. Das heißt, du bist jetzt eher der Kleinere von allen und du bist der Flinke. Und bist dann für was zuständig? Mein Hauptgebiet ist eigentlich die Annahme, dass ich die Annahme ans Netz schiebe, dass wir immer viel aus unserem Ball machen können, dass der Zuspieler, der die Pässe verteilt, die Leute immer gut einsetzen kann. Dass er immer viele Möglichkeiten hat, wo er den Ball hinspielen kann, dass es für uns Angreifer dann wieder einfacher wird. Aber angreifen tue ich auch. Aber nicht so oft wie andere. Machen die anderen Mannschaften das auch so, dass da jeder seine feste Position hat? Das ist immer so, ja. Also es ist jetzt nicht nur wir, die das erfunden haben, sondern das ist internationaler Standard und geht eigentlich auch sogar bis fast runter in die letzte Liga, würde ich mal sagen. Wie häufig trainiert ihr denn? Wir haben zweimal am Tag Training. Vormittags ist meistens Kraft. Ganz selten auch mal spezialisiertes Training, wo wir dann in Fünfergruppen oder in Vierergruppen machen, dass dann jeder für seinen Aufgabenbereich das beste Training hat. Und abends ist dann meistens mit der ganzen Mannschaft sechs gegen sechs und verschiedene Übungsformen. Du bist 19 Jahre alt, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt und sozusagen noch ganz am Anfang von deiner Profikarriere. Du spielst jetzt in der ersten Saison beim TV Bühl. Wie bist du denn bisher mit deinen Leistungen zufrieden? Also mit mir persönlich auf jeden Fall, wenn ich die letzte Saison angucke, bin ich sehr zufrieden. Es war eine gute Saison für mich. Viel Vertrauen auch vom Coach bekommen, was sehr wichtig ist für so junge Spieler. Ich bin oft eingesetzt worden, eigentlich fast in jedem Spiel, auch bei knappen Situationen. Wenn der Trainer gemeint hat, ich könnte dem Team jetzt helfen, dann hat er es auch gemacht, wofür ich ihm auch dankbar bin. Und ja, also ich habe echt viel gespielt für meine erste Saison und lief super. Also mehr als erwartet. Ja, auf jeden Fall. Viel mehr als erwartet. Du hast jetzt noch ein Jahr Vertrag beim TV Bühl. Wie geht es dann weiter? Hast du schon irgendwelche konkreten Pläne? Konkrete Pläne nicht. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen schwer in so einer Profikarriere, weil man nie planen kann, von wem man Angebote bekommt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich in zwei Jahren bei dem und dem Verein spielen will, weil man halt immer nach der Saison oder wenn der Vertrag abgelaufen ist, gucken muss, was man wieder auf dem Tisch liegen hat. Ich bin nicht unzufrieden in Bühl, also von daher könnte ich mir auch noch was Längeres dort vorstellen. Und was wäre so dein Wunschverein, wenn du dann doch mal wechseln solltest? Da hat ja jeder so Kindheitsträume auch schon. Also Kindheitsträume ist auf jeden Fall Italien irgendwo. Also wirklich international? Ja, auf jeden Fall. Also das war schon immer mein Ziel. Da gibt es im Moment viele Mannschaften, wo man richtig, richtig viel Erfolg haben kann. Aber damals, früher, wollte ich immer noch Macerata. Aber mal gucken, ob das was wird. So international gesehen, wie ist Deutschland da angesetzt, volleyballtechnisch? Von den Ligen her oder jetzt? Ja, von den Ligen her. Von der Ligen her. Die Liga ist nicht mehr ganz so gut, würde ich sagen. Also Polen, Italien, Russland, mittlerweile Frankreich auch. Frankreich ist jetzt echt auch gut geworden. Deutschland würde ich so dann hinter denen einschätzen, also so vierter, fünfter Stelle. Also ist noch Platz nach oben? Ist auf jeden Fall noch Platz nach oben, ja. Das heißt, wie siehst du generell die Entwicklung im Volleyball? Also ich schätze eigentlich sehr positiv ein, gerade auch jetzt mit unserer Nationalmannschaft, die jetzt in Baku bei den European Games Gold gewonnen hat, gestern. Auch bei der WM in Polen sind sie Dritter geworden. Also ich glaube, es geht eher nach oben, ja. Du hast bei der U21 gespielt, spielst jetzt nicht mehr da. Wie sieht es aus mit der A-Mannschaft? Ja, hoffentlich bald. Also die U21 ist jetzt rum, genau. Auch wenn ich erst 19 bin, aber es ist immer ein Doppeljahrgang im Volleyball. Das heißt, die Junior-Nationalmannschaft ist für mich jetzt vorbei. Hoffen wir mal, dass der Bundestrainer bald aufmerksam wird. Ja, das hoffen wir natürlich sehr für dich. Du hast früher auch Beachvolleyball gespielt, das würde ich auch gerne nochmal ansprechen. Da warst du auch recht erfolgreich, hast es dann aber an den Nagel gehängt. Wieso hast du dich dagegen entschieden? Ich bin in der Halle aufgewachsen und der Beachvolleyball war eher so ein kurzer Ausflug. Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht und war auch erfolgreich. Aber dann musste ich mich halt entscheiden, ob ich jetzt in die erste Bundesliga will und da Volleyball spielen will oder ob ich jetzt den Beachvolleyball-Weg gehe. Und dann habe ich mich für den Hallenvolleyball entschieden, weil es mir ein bisschen mehr Spaß macht. Was sind denn jetzt die konkreten Unterschiede, außer jetzt der Boden und dass man im Freien oder in der Halle spielt? Also ich würde sagen, der Hallenvolleyball ist auf jeden Fall schneller. Also es ist viel kraftvoller, die Schläge, weil man einfach mehr Leute zu überwinden hat, weil ja sechs Leute auf dem Feld stehen und nicht nur zwei. Ja, also es ist viel kraftvoller, viel schneller, wahrscheinlich auch ein bisschen athletischer. Dafür ist der Beachvolleyball mehr taktisch, viel mehr. Und es kommt auch viel mehr auf einen persönlich drauf an. Also wenn du im Beachvolleyball einen schlechten Tag hast, dann ist es schwer, das zu kompensieren, weil halt nur einer noch daneben steht. Im Hallenvolleyball kann man dann mal ausgewechselt werden zum Beispiel. Das geht ja im Beachvolleyball nicht. Genau, also du spielst mit einem Partner zusammen, zu dem musst du wirklich vollstes Vertrauen haben. Da muss alles taktisch abgestimmt sein. Hattest du denn da einen Partner, auf den du dich 100 Prozent verlassen konntest? Auf jeden Fall, ja. Also wir waren echt ein gutes Duo. Wir haben zwar nicht lange zusammen gespielt, der war auch so alt wie ich. Aber der hat es jetzt mittlerweile geschafft. Der spielt jetzt die Smart Beach Tour. Glückwunsch auch an ihn. Wie heißt er? Niklas Rudolph. Kommt ursprünglich aus Leipzig. Ist dann nach Berlin gegangen, ans Internat. Und der hat es jetzt gepackt. Und ich muss jetzt gerade nochmal auf diese Partnerschaft zurückkommen. Sucht man sich dann selbst den Partner oder wird man dazu gewiesen? Also wir kannten uns ja schon von früher, von etlichen Meisterschaften. Und da wir gleich alt waren, hat es sich auch immer ergeben. Und wir waren auch relativ gute Freunde. Aber letztendlich hat dann die Nationaltrainerin gesagt, dass wir mal zusammen spielen sollten, um zu gucken, wie es läuft. Und es lief halt echt gut. Und dann ist er draußen ein Team geworden. Also er war sozusagen der Blocker und du dann der Angreifer. Genau, ja. Mit zwei Meter acht war er, glaube ich. Ach, Wahnsinn. Und jetzt gehaltstechnisch, was ist da lukrativer? Beachvolleyballer oder Hallenvolleyballer? Die Hallenvolleyballer, die haben halt ein geregeltes Einkommen monatlich, so wie jeder Arbeitnehmer. Und im Beachvolleyball kommt es halt mehr auf die Turniere an, die du gewinnst, weil du halt dein Geld mit dem Preisgeld verdienst und mit verschiedenen Sponsoren. Aber wenn man im Beachvolleyball sehr erfolgreich ist und gut ist, dann ist es, glaube ich, fast lukrativer im Sand. Aber dafür muss man die Turniere halt gewinnen, weil da kriegt man das Preis. Ja, genau. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Pause und sind natürlich in wenigen Minuten wieder für Sie da, hier bei AVI Angriff. Also bis gleich. Die AOK ist mit großem Abstand Marktführer unter den Krankenkassen in Bayern und sie ist da, wenn die Versicherten sie brauchen. Das gibt den Kunden der Gesundheitskasse Sicherheit und Vertrauen. 10.000 qualifizierte Mitarbeiter betreuen in ganz Bayern über 4,3 Millionen Versicherte. Vom Säugling bis zum Senior kümmern wir uns ganz persönlich und das höchste Gut des Menschen um seine Gesundheit. Die örtliche Nähe zu den Versicherten ist der Gesundheitskasse ein ganz besonderes Anliegen. Die AOK Bayern ist nicht nur in den Städten eine feste Institution für ihre Kunden. Wir als AOK Bayern sind dort, wo unsere Kunden sind. Wir beraten unsere Versicherten, Arbeitgeber und Geschäftspartner in ganz Bayern in 250 Geschäftsstellen. Alleine hier in Kelheim im Landkreis betreuen wir über 51.000 Versicherte. In drei Geschäftsstellen, in Kelheim, in Abendsberg und in Mainburg. Und diese große Gemeinschaft schafft Vertrauen und bietet Sicherheit. Und das mit der persönlichen Nähe, das garantieren wir auch weiterhin. Bei der Frage nach der richtigen Krankenkasse ist für Familie Reng die AOK Bayern erste Wahl. Die AOK ist für uns vertrauenswürdig. Erstens einmal, mir als mittelständisches und bodenständiges Unternehmen hier in Kelheim ist es auch wichtig, dass man kurze Wege hat. Und mit der AOK haben wir halt eng verbunden. Alleine dadurch, dass sehr viele Mitarbeiter bei der AOK versichert sind, ist es eigentlich ein sehr gutes Zusammenspiel. Ein kompetenter Partner vor Ort wie die AOK hier in Kelheim ist für mich ganz wichtig als Mutter von drei Kindern. Zusätzlich zum gesetzlichen Leistungskatalog bietet die AOK viele weitere Pluspunkte. Zum Beispiel das Babytelefon, den Kinder- und Jugendarzttarif, Gesundheitsprogramme oder Navigatoren im Internet. Neben einem umfassenden Leistungsangebot bieten wir auch eine kostenfreie ärztliche Zweitmeinung als Sicherheit an. Als weiteren Pluspunkt bieten wir unsere AOK Pflegeberater an. Das sind Experten, die beraten, unterstützen, pflegen die Angehörige in schwierigen Situationen am Telefon oder auch bei ihnen zu Hause. Der TÜV Süd hat der Gesundheitskasse wiederholt das Zertifikat für Servicequalität verliehen. Kein Wunder, dass so viele Menschen in Bayern ihre Gesundheit der AOK anvertrauen. Auch für die Berufsstarterin Annalena Blümel gab es bei der Entscheidung zur Krankenversicherung keine Zweifel. Ich habe mich für die AOK entschieden, weil ich bisher mit meiner Familie kostenfrei versichert war und jetzt ins Berufsleben starte. Und da war für mich klar, dass ich weiterhin bei der AOK bleiben möchte. Hallo, mein Name ist Sabrina Mantel. Ich arbeite im Tipico in der Liesenstraße 5 in Aschaffenburg. Wir machen mit bei Lass den Klick in deiner Stadt, da wir die Wirtschaft und den Handel unserer Stadt am Leben erhalten möchten. Lass den Klick in deiner Stadt. Eine Initiative von MEIN TV aus Leidenschaft für unsere Region. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. Es wird schmutzig, es wird nass und wieder extrem hart. Der Schlappe-Säppel Extreme Run 2015 präsentiert von Radio Galaxy am 19. Juli in der Autoarena des MSC Goldbach. Der Cross-Hindernislauf für die ganz Harten. Stell dich der Herausforderung. Der Schlappe-Säppel Extreme Run präsentiert von Radio Galaxy am Sonntag, 19. Juli auf dem Gelände des MSC Goldbach. Willkommen zurück zum Sportmagazin A wie Angriff. Bei mir zu Gast ist noch immer der Profi-Volleyballer David Sossenheimer, der beim ersten Bundesliga-Verein TV Bühl spielt und ursprünglich aus Mömmlingen kommt. Und David, wir haben eben gerade vor der Pause schon das Spielergehalt angesprochen. Ist es denn gerechtfertigt im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem Fußballer? Gerechtfertigt ist schwer zu sagen. Also wirklich viel mehr machen als andere Sportler tun sie wahrscheinlich nicht. Es kommt halt viel auf die Medienpräsenz an. Die ist im Fußball halt einfach viel höher. Dadurch sind mehr Fernsehgelder da. Und dann kommen halt diese etwas hohen Summen beim Fußballgehalt zusammen. Du hast mir auch gerade schon während der Werbung verraten, dass du gut von deinem Gehalt leben kannst. Musst du trotzdem noch eine Nebentätigkeit ausüben oder reicht es wirklich, wenn man aktiv dabei ist? Also solange man aktiv ist, kann man es auf jeden Fall so machen. Also es reicht vollkommen. Danach, man muss halt schon was für seine Karriere danach noch irgendwie haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man irgendwann aufhört, dass man sagt, okay, jetzt kaufe ich mir noch irgendwo ein Haus und mache dann gar nichts mehr. Sondern es wäre schon gut, wenn man dann noch irgendwie was dann in der Hinterhand hat. Studierst du noch nebenbei? Ich habe letztes Jahr versucht zu studieren, sage ich mal. Wirklich viel gemacht habe ich nicht. Ich habe mir dann aber auch gedacht, ein Jahr nach dem Abi kann man mal ein bisschen kürzer treten. Ich denke auch. Ich werde jetzt aber dann für nächstes Sommersemester, also 2016, ein Fernstudium anfangen. Und als was? International Management. Gut, damit kann man später auch echt einiges machen. Hast du denn noch irgendwelche anderen Hobbys außer dem Volleyballspielen oder hast du dafür absolut gar keine Zeit mehr? Naja, also so viel Freizeit bleibt dann schon für ein paar Hobbys. Also mit Freunden irgendwas machen ist immer cool. Viel Musik hören und ja, also gibt es schon noch ein paar Sachen. Machst du auch noch andere Sportarten? Ich habe früher was anderes gemacht natürlich. Ich habe noch Tischtennis gespielt und Leichtathletik. Aber im Moment, also mittlerweile für andere Sportarten bleibt dann keine Zeit mehr. Thema Verletzungen. Das ist ja echt immer in jedem Sport sehr fatal. Das kann eine ganze Karriere kosten. Hast du dich denn schon mal schwerwiegend verletzt? Also so richtig wirklich schwer noch nicht. Ich hatte schon mal zwei Monate Pause gemacht, zweieinhalb, weil mein Knie ein bisschen gestreikt hat. Da habe ich ein bisschen wenig Pause gehabt für mein Knie. Ein bisschen zu viel gemacht, weil ich in zwei Mannschaften gleichzeitig gespielt habe. Ja, da habe ich dann auch eine Spritze reinbekommen. Habe dann zwei, wie gesagt, zwei Monate Pause gemacht. Mittlerweile geht es wieder. Muss jetzt nur ab und zu aufpassen mal. Okay, das heißt also dein Ziel ist jetzt erstmal verletzungsfrei zu bleiben. Und dann kannst du wie lange noch spielen? Du bist jetzt 19 erst am Anfang. Ja, also im Durchschnitt würde ich sagen, kann man bis 33 schon aktiv spielen. Vereinzelt auch mehr, aber das ist eigentlich dann die Ausnahme. Aber 33 geht schon auf gutem Niveau. Boah, dann bist du wirklich noch ganz am Anfang. Ich wünsche dir echt viel Erfolg in deiner Karriere und dass du dann auch international spielen kannst. Hoffentlich. Super, danke dir. Dankeschön. Liebe Zuschauer, 73 Kilometer laufen in 24 Stunden und das Ganze auch noch ohne Schlaf. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Und das gab es am Wochenende im Spessart beim großen Wandertag. Und wir von mein.tv waren für Sie vor Ort und haben alle Highlights für Sie zusammengefasst. Samstagmorgen, kurz vor acht, ein wenig Niedelregen und viele motivierte Outdoor. Gleich startet hier in Mespelbrunn das große Wanderevent 24 Stunden von Bayern. 444 Teilnehmer aus ganz Deutschland sind gekommen und sie haben sich einiges vorgenommen. Wir sind jetzt schon ein paar Mal dabei und das ist natürlich jedes Mal wie so ein großes Klassentreffen. Man kennt sich aus den Jahren zuvor und das Wetter auch schon. Ich bin letzte Woche über die Alpen gelaufen, 61 Kilometer. Das habe ich so ein bisschen als Training auch genommen und freue mich einfach heute auf einen schönen Tag und mit netten Leuten zusammen zu laufen. Der Startschuss. Die nächsten 24 Stunden wird gewandert. 73 Kilometer durch den Spessart. Bei Tag und bei Nacht. Das Event 24 Stunden von Bayern findet in diesem Jahr zum siebten Mal statt. Landrat Jens-Marco Scherb freut es sehr, dass die Wahl der Organisatoren 2015 auf den Spessart gefallen ist. Es gibt einen berühmten Gast hier im Spessart, Kurt Tocholsky, vor über 100 Jahren. Der war sehr oft im Spessart und hat immer gesagt, der Spessart ist eigentlich die Region in Deutschland, die es verdient, richtig entdeckt zu werden. Und dieses Ereignis ist natürlich etwas, wo der Fokus, ja deutschlandweit, sogar fast international auf den Spessart kommt. Und dass es noch mehr Menschen gibt, die diese wunderbaren Qualitäten des Spessarts entdecken. Neben Wald- und Spessartwiesen gibt es auch kulturell einiges zu entdecken. So warten zum Beispiel neben dem historischen Echterspfahl bekannte Raubritter auf die Teilnehmer. Wir sind die räuberischen Ritter, die echter Brüder, die im Odenwald ihr Unwesen getrieben haben. Und die Kaiser Barbarossa in den Spessart zurückgeschlagen hat. Und wir trafen uns immer hier am Echterspfahl. Deshalb heißt hier der Pfahl nach uns. Trotz Nieselregen am Morgen ist die Stimmung bei den Wanderern durchweg gut. Und das beste Rezept, um 24 Stunden lang durchzuhalten? Ein Fuß für den nächsten, das ist alles. Es regnet halt warm, ist doch gut. Könnte ja schlimmer sein, könnte kalt regnen. Schauen wir gut aus, oder? Wenn man froh und mut ist, das Regnen hört auf in circa 45 Minuten. Genau so kommt es. Nach dem Nieselregen zeigt sich die Sonne über dem Spessart. Die härteste Etappe, kurz vor Morgengrauen, müssen die Wanderer noch einmal letzte Reserven mobilisieren. Für eine kleine Stärkung zwischendurch sorgt zum Beispiel Elke Spieler. Sie kümmert sich um die Teilnehmer, die an der Verpflegungsstelle beim Brotbackofen eintrudeln. Die Wanderer kommen sehr unterschiedlich. Manche recht fit, manche recht down und freuen sich über einen Kaffee oder Tee und die Honig weg oder die Marmeladen weg. Es ist traumhaft, dass überall so viele Getränkestationen waren. Die Getränkebeutel, die wir hier im Rucksack drin haben, den braucht man eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich einfach gigantisch, dass die ganzen Leute auch so mitziehen hier. Das ist wirklich toll. Die Beine tun schon ein bisschen weh. Die Füße sind platt. Blasenbildung macht sich breit. Aber ansonsten alles gut eigentlich. Sobald die Sonne aufgeht und es langsam wieder hell wird, ist man natürlich nochmal motiviert. Es gibt einen letzten Schub jetzt und man freut sich einfach aufs Ziel jetzt. Die letzten Meter. Auf denen können die Wanderer den Sonnenaufgang bei klarem Himmel genießen. Einige haben jetzt sogar noch genügend Energie, um mal eben auf traditionelle Art einen Holzstamm zu zersägen. Nach 24 Stunden auf den Beinen und 73 zurückgelegten Kilometern ist letztendlich aber jeder froh, endlich im Ziel angekommen zu sein. Ja, einfach befreien. Das ist einfach ein super tolles Gefühl, durchgehalten zu haben, es geschafft zu haben. Die Beine haben mitgespielt, alles. Es ist einfach nur grandios. Es war ja auch gut. Und wenn es dann vorbei ist, dann ist man auch wieder munter. Geschafft, aber glücklich und kein Meter mehr. Total schön. Wirklich, man hat irgendwie so den Eindruck gehabt, die ganze Region ist auf den Beinen, um uns zu zeigen, wie toll es hier ist. Richtig schön. Richtig tolle Leute. Echt. Ja, es ist unglaublich. 24 Stunden von Bayern. 24 Stunden im Spessart. Veranstalter Johann Baptiste Koller, genannt BAP, ist mehr als zufrieden mit dem Event. Unglaublich. Es war total überraschend. Vor allem, es ging so nass los. Und dann haben wir es so super trocken und jetzt ein blauer Himmel. Also schöner könnte es nicht sein. Eine tolle Nacht. Land und Leute einmalig. Also ich glaube, das ist der Tenor von allen. Die waren alle hin und weg, was man hier alles erleben kann. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder von AVI Angriff. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Nächste Woche sind wir dann wieder für Sie da mit einem weiteren spannenden Sportgast. Also schalten Sie auch dann wieder ein. Ihnen noch eine schöne, entspannte, sonnige Woche und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017